Herzlich Willkommen im Autohaus Löwen Automobil in Edertal. Wir sind ein Familienunternehmen mit einer mehr als 150 jährigen Tradition, in dem inzwischen mehr als 30 Mitarbeiter beschäftigt sind. Wir sind seit mehr als 40 Jahren Peugeot-Vertragshändler und bieten neben dem Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen den kompletten Service einer Kfz-Reparatur, von der Inspektion über den Klimaservice, der Unfallinstandsetzung, Smart Repair, das heißt Beseitigung von kleinen Parkplatzstellen, Steinschlägen. Ich bin der Timo, arbeite bei Löwen Automobil in Waldeck-Frankenberg, bin im dritten Lehrjahr, möchte übernommen werden und möchte später auch meinen Meister machen. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive.